Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda Blog Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Jeder Fünfte hat sich fürs perfekte Urlaubsfoto schon in Gefahr gebracht. Das Streben nach dem perfekten Urlaubsfoto. Ein riskantes Unterfangen. In einer Welt, in der das Teilen von Erlebnissen über soziale Medien alltäglich geworden ist, scheint das Streben nach dem idealen Urlaubsfoto für viele eine Selbstverständlichkeit zu sein. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass jeder fünfte Urlauber bereit ist, sich in Gefahr zu bringen, um das perfekte Bill zu erhaschen. Experten warnen jedoch vor den möglichen Risiken, die mit solch einer Risikobereitschaft verbunden sind. Die Umfrage, die im Auftrag einer bekannten Reisewebsite durchgeführt wurde, belegt, dass viele Menschen bei der Jagd nach dem idealen Foto wenig Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit nehmen. So gaben zahlreiche Befragte an, dass sie schon einmal in gefährliche Situationen geraten sind. Etwa durch das Klettern auf unsichere Felsen oder das Posen an gefährlichen Klippen, nur um ein ansprechendes Bild für ihre sozialen Medien zu erhalten. In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Vorfälle ereignet, bei denen Menschen durch unüberlegtes Verhalten beim Fotografieren Verletzungen erlitten oder gar ihr Leben verloren haben. Ein Beispiel hierfür ist ein Vorfall in den Alpen, bei dem ein Tourist während des Versuchs, ein Selfie an einem steilen Hang zu machen, abstürzte. Solche Geschichten häufen sich und verdeutlichen die ernsthaften Konsequenzen, die dieses Verhalten mit sich bringen kann. Fachleute weisen darauf hin, dass der Drang nach dem perfekten Bild eine psychologische Komponente hat, die oft mit dem Druck verbunden ist, in sozialen Netzwerken zu glänzen. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssten sich selbst überschreiten, um die Anerkennung der Online-Community zu gewinnen. Dies wird durch den Vergleich mit anderen Nutzern verstärkt, die vermeintlich perfekte und oft bearbeitete Bilder posten. Solche Vergleiche können zu einem verzerrten Selbstbild führen und dazu, dass Menschen gefährliche Entscheidungen treffen, um die Aufmerksamkeit ihrer Follower zu erlangen. Zusätzlich zu den physischen Risiken gibt es auch psychologische Faktoren zu beachten. Die Angst, im Alltag von Freunden oder von Followern nicht wahrgenommen zu werden, kann immense Druckmomente erzeugen. Daher neigen viele dazu, sich selbst in riskante Situationen zu bringen, nur um Anerkennung zu erlangen. Ein Psychologe erklärte, dass es wichtig sei, die realistischen Erwartungen an sich selbst und die damit verbundenen Gefahren zu betrachten. Ein gutes Bild sei nicht die Wertschätzung des Lebens wert. Die Umfrage hat auch ergeben, dass jüngere Generationen besonders anfällig für diese Risiken sind. Gerade unter Teenagern und jungen Erwachsenen sei eine hohe Risikobereitschaft zu beobachten, wenn es um das Fotografieren gehe. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sie mit sozialen Medien aufgewachsen sind und die Bestätigung durch Likes und Kommentare als sehr wertvoll empfinden. Experten raten daher, in erster Linie auf die eigene Sicherheit zu achten und sich nicht von der Jagd nach Likes dazu verleiten zu lassen, in gefährliche Situationen zu geraten. Erlebnisse und Erinnerungen würden letztendlich mehr zählen als ein Bild online. Insgesamt zeigt sich, dass die Balance zwischen der Suche nach dem perfekten Urlaubsfoto und der Wahrung der eigenen Sicherheit von großer Bedeutung ist. Die Mehrheit der Reisenden sollte sich der Risiken bewusst sein und Prioritäten setzen. Risikofreudigkeit kann schnell zu ernsthaften Konsequenzen führen und sollte daher immer gut überlegt sein. Autor mit Datum Freitag, 23. August 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.